Ja, hallo ihr Lieben, vielleicht sitzt ihr auch schon an eurem Weihnachtstisch, vielleicht hat es schon eine Flascherung gegeben, vielleicht geht ihr in die Kirche heute, vielleicht habt ihr aber auch einen scheiß Weihnachten, also das überhaupt wusste ich gar nicht, habe ich neulich Studie gesehen, dass ganz viele Beziehungen zwei Wochen vor Weihnachten crashen, also scheinbar die gefälligste Zeit im Jahr, vielleicht gehörst du auch dazu, vielleicht bist du auch deswegen auf meinem Kanal gelandet, vielleicht machst du gerade einen Liebeskummer Kurs und ja, also erstmal mein Mitgefühl geht natürlich raus an alle, die auch ein schwieriges Weihnachten haben, mein Rat wäre so ein bisschen, dass mir heute meine Fußballkumpels, die auch teilweise, glaube ich, Migrationshintergrund gesagt haben, nehmt doch Weihnachten nicht so wichtig, finde ich eigentlich gut, da sollte auch nicht zu viel da rein denken, letzten Endes ist es auch, klar, es ist ein kulturell hoch aufgeladener Tag, aber letzten Endes ist es auch ein paar Tage und dann kommt halt noch ein, zwei Tage und dann kommt noch Silvester und dann geht die Welt auch wieder weiter, aber trotzdem weiß ich natürlich, dass wenn es richtig scheiße läuft, dass man sich da vielleicht auch nicht gut fühlt, also, aber genau, wenn du in so einer Situation bist, habe ich ja auch Kursmaterial dazu, aber darum soll es jetzt heute gar nicht so gehen, auf jeden Fall denke ich immer ein guter Ratschlag, einfach, äh, Selbstliebe zu pflegen und zu versuchen, wenn man auch niemand anders hat, sich selber in irgendeiner Form, äh, energetisch zumindest, äh, zu beschenken zu Weihnachten. Ähm, was ich aber heute mal fokussieren, meistens mache ich auch so 5D-Liebe-Videos zu Weihnachten, ich würde heute mal fokussieren das Thema Risiken eingehen, also sozusagen meine Predigt für das nächste Jahr, ähm, mal so ein kleiner Denkanstoß. Ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal zu safe durchs Leben gehen, ne, davon ausgenommen sind natürlich Leute, die, äh, hochtoxische, liebessüchtige Beziehungen führen, äh, die fahren natürlich ein extrem hohes Risiko-Level, die sollten jetzt nicht denken, ich sollte noch mehr Risiko eingehen, aber viele leben ja auch in Strukturen, die irgendwie unbefriedigend sind, äh, man hat das Gefühl, der Alltag ist in einerlei und, äh, man hat so das Gefühl, ähm, ähm, ja, oder hat eine Midlife-Crisis und man hat so das Gefühl, es bewegt sich eigentlich gar nichts, also da kann man immer ein bisschen dran denken, dass Leute auf dem Totenbett scheinbar oft sagen, man bereut nicht das, was man gemacht hat so sehr, sondern viel öfter das, was man nicht gemacht hat und ich glaube, da ist super viel dran, ähm, also insofern überlege ich wirklich nochmal, was sind deine Träume, was sind deine Lebensträume, was, äh, erlaubst du dir, vielleicht nicht nicht, dass man alles machen sollte, wenn jetzt so ein Lebenstraum ist, aber ich möchte gerne mal, äh, mir so, was weiß ich, weißes Pulver durch die Nase ziehen, ähm, den ganzen Tag irgendwie, dann ist das vielleicht kein nachhaltiger Lebenstraum, also versteht schon, was ich meine, äh, natürlich muss man das ein bisschen überprüfen oder holt man sich da wieder irgendwas Toxisches ins Leben, wenn man diesen Demensträumen nachgeht, aber grundsätzlich gilt auch für Beziehungen, gilt auch für Freundschaftsbeziehungen, also wenn da so, weiß ich nicht, überhaupt kein, kein Vibe drin ist, kein Strudeln ist, wo kannst du, also was möchtest du eigentlich, was traust du dir nicht anzusprechen, also so mehr Ehrlichkeit in der Kommunikation würde ich gerne mal vorschlagen, ähm, auch passend zu diesem Fiebelpleaser-Kurs, der jetzt bald rauskommt, äh, wo sagst du nicht, was du denkst, äh, wo sagst du nicht deine Gefühle, wo sagst du nicht deine Zweifel, einfach zum Beispiel, weil du ein Gutmensch sein willst, weil du keinen Ärger produzieren willst, ähm, aber du gleichzeitig schwächst du damit deine Kontakte und deine, deine Beziehungen, ne, machst sie schwächer, ähm, ich sag mal ganz gerne, das führt so ein bisschen wie, wie so eine Art Rost an diesen Beziehungen, weil, ja, es ist, man zieht die Energie raus durch diese mangelnde Ehrlichkeit und, äh, ein, ein guter Ratschlag ist einfach mehr die Wahrheit zu sagen, was man wirklich denkt, ne, oder was, äh, was man, ähm, was man verbirgt, ne, treuig, trotzdem gibt es natürlich immer auch eine gewisse Verantwortung für die Wahrheiten, die man sagt, also man, mehr, wenn du in einer Beziehung bist, mehr verrückte Dates machen, äh, wenn du Single bist, äh, den Nachbarn doch mal ansprechen, dass du ihn ganz cool findest, ob ihr mal einen Kaffee trinken geht, ähm, oder sonst was, äh, ähm, was dass ich, deinem besten Kumpel mal sagen, dass du Freundschaft nicht mehr so fühlst, dass das irgendwie komisch, irgendwie komisch geworden ist und dass das schade findest, ähm, oder, 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 oder endlich den Kurs machen in taiwanesischer Bali-Massage, den du immer machen wolltest, äh, oder mal den Urlaub machen oder mal dich irgendwelchen Ängsten stellen, also, das wäre wirklich mein, mein Aufruf mal fürs nächste Jahr, mehr Risiko gehen, mehr wagen und lieber mal einmal auf die Schnauze fallen, weil das Gute ist, wenn du auf die Schnauze fällst, also, wenn du, wenn du irgendwas machst, was du denkst, das ist ein Risiko, nehmen wir mal ein, du startest irgendein Business, natürlich jetzt nicht mit zu, mit absurdem Risiko, aber mit einem angemessenen Risiko, so, und, oder du sprichst irgendjemand an, ne, äh, was kann passieren, also entweder du hast Erfolg und dann, boah, gut, dass du es gemacht hast, oder du hast Misserfolg, dann hast du aber weitere Informationen gesammelt, dann weißt du, ah, das habe ich schon mal abgehakt, ne, also, okay, mein Nachbar muss jetzt nicht mehr ansprechen, da weiß ich, da muss ich auch nicht drüber fantasieren, habe ich abgeklärt, ähm, brauche ich nicht mehr, ne, also, das wäre mein Rat, ähm, da wirklich lieber mal öfter auf die Schnauze fliegen, kontrolliert natürlich, als, äh, so ein Leben zu leben, ähm, ja, wo du eigentlich die ganze Zeit in der Komfortzone bist, ne, das habe ich damals so von meinen Ausbildern immer gelernt, also, das Leben in der Komfortzone ist eigentlich das Gefährlichste, klar, du willst nicht unbedingt in der Panikzone leben, das ist, wie du dich in unangenehme Situationen begibst, einen Lernschritt machst, äh, ähm, dieses Unangenehme irgendwie wieder in die Komfortzone eingemeindet wird und du wieder einen neuen Schritt machst, okay, wo kann ich meine Grenzen jetzt erweitern, ähm, welche Piste des Lebens kann ich mir jetzt noch wagen, kann ich mir auf die schwarze Piste des Lebens mal wagen, muss ich nicht immer nur die blauen und die roten Pisten fahren, ähm, ja, also, einfach mal ein Risiko eingehen und, äh, und dann vielleicht auch, das ist, glaube ich, der, der Gewinn in so eine vertiefte Lebendigkeit in dir zu kommen und das ist, glaube ich, verdammt hoher Gewinn, den man gar nicht hoch genug schätzen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch fantastische Weihnachten, wo auch immer ihr gerade seid, mit wem ihr auch gerade seid, versucht anzunehmen, was ist und in diesem Sinne, euer Christian, wir sehen uns bald wieder, ciao. Euer Christian, wir sehen uns bald wieder, ciao.